Ich schätze mal, dass es jetzt oben am Loch ist. Okay, ich gucke aufs Loch. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay von mir. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Wie ihr schon im Teaser gesehen habt, dreht sich bei diesem Video so gut wie alles um das berühmte Loch im Office in der ersten Halle aus der Map Factory. Ich denke, mir sind ein paar sehenswerte Momente in diesem Let's Play gelungen und ich wollte sie euch einfach mal zeigen. Hier spiele ich im Raid mit Archangel zusammen. Ich hoffe, es wird euch gefallen und würde sagen, legen wir los. Viel Vergnügen. Ich schau über hin. Laufen. Hier läuft wir. Über uns. Zwei. Zwei. Die kommen hier runter. Oder? Jetzt laufen sie auf Holz. Jetzt haben sie eine Kiste geöffnet. Ja, ja. Komm hier rein. Ja, lass mal, lass mal hier hoch. Ja, ich habe drei oder vier Leute gelaufen. Das heißt, es war ein ganzes Team. Hier läuft wieder einer. Hier laufen zwei. Einer da. Und einer hier. Okay, du guckst vorne. Ich gucke hinten. Die laufen über uns. Die sind über uns an der Kiste. Ja. Ja. Lass mal zum Offspoorn. Oder? Ja, ja. Ich kann es sagen. Oder? Ja, ja. Erstmal hier bei der Lampe immer bleiben. Achtung, er kommt runter. Oder er rennt hoch. Nee, der ist hochgerannt. Okay, nee, dann ist er hoch. Der ist weiter. Das sind Hedchlings, ne? Die grasen die Kisten ab. Ja, ja. Hier kommt einer. Wieder. Nämlich laut. Läuft auf Stein. Der kommt hier. Oder? Kurz mal. Er läuft auf Holz. Okay, der läuft oben im Office. Mhm. Ja, lass mal Offspoorn erstmal hoch und dann können wir von da aus nach oben ein bisschen beobachten. Granate? Hier, Granate hier runtergeworfen war das. Hier runter? Ja, ja, hinten an der Treppe. Das sind mehrere. Entweder ist das eine Gruppe mit Hedgling. Mhm. Oder das sind mehrere Gegner. Äh, halt. Komplett Gegner. Hier läuft irgendwo einer. Also ich schau auf die Treppe jetzt. Die Stahltreppe. Ja, dann komm ich dir jetzt da mal entgegengelaufen, ne? Ja, ja. Ich save dich dann. Auf Glasscherben läuft er, okay. Ja, kommt näher. Zieh mich in der Nähe. Ich geh mal dann hier hoch. Also jetzt hinter dir. Links. Ja. Ich geh hoch. Zu der Stahltreppe. Hier kommt einer. Hier kommt einer. Ja. Also ich guck schon mal in die Halle so ein bisschen. Hier kommt einer direkt. Der dreht sich hier die ganze Zeit. Der scheint direkt neben uns zu sein. Okay. Jetzt kommt er. Was war das? Keine Ahnung. Ich seh einen da unten. Ist er reingelaufen? Glaube. Der läuft? Ja, der läuft. Der läuft weg. Ich geh jetzt hoch. Zur Stahltreppe. Mach das. Ich bin jetzt hier oben im Offline-Spawn. Da ist der ein Bot. Mach ihn weg. Der ist down. Also wenn das ein Bot war. Geh davon aus. Wo bist du jetzt? Ich geh jetzt hoch. Auf die Stahltreppe. Also auf das Gerüst. Oben. In der Halle 1. Ja. Ich werde es laufen. Und dann geh ich mal so ein bisschen in die Ecke. Da kommt einer. Von wo? Von unten? Ich glaube. Da schlüpft einer. Da hüpft einer. Ähm. Ich hab ein Bot gehört. Hier läuft irgendwo ein Bot rum. Okay. Der hat auch geredet. Ähm. Dann ist der wahrscheinlich unterirdisch unterwegs. Du bist Offspawn. Sagst du? Ich bin jetzt genau Offspawn. Genau. Bei den Barrels. Dann ist der irgendwo unten. Wir haben ja auf jeden Fall einen Fuller-Criptain als Gegner irgendwo. Weil ich hör den die ganze Zeit aim. Oder ich hab ihn die ganze Zeit aim gehört unten. Und dann ist er ja weggelaufen. Mal schauen ob er da unten immer noch ist. Ob das der Bot ist der da unten weggerannt ist. Keine Ahnung. Ich komm jetzt hier unten raus. Ne? Ja. Ich bin ähm. Kurz vor diesem Stahlgitter da oben. Halle 1. Und schau auf das Loch. Bewegst du dich grad? Ja. Ein bisschen. Aimen und so. Ja. Schöpf mal grad. Beziehungsweise. Schöpf mal hier drüber. So. Jetzt. Da läuft einer. Der kommt unten. Er hat mich hüpfen hören. Mhm. Er ist irgendwo direkt neben uns. Er könnte unten beim offline spawnen. Weißt du. Unten an diese Dinge sein. An der Schräge. Ja. Ja. Also. Läufst du? Der ist unten bei der Kiste da. Die untere Kiste. Der ist jetzt die Treppe runtergelaufen. Hedgling. Aber da ist einer jetzt reingegangen. Ins Treppenhaus. Ja. Man hört's. Jo. Wahrscheinlich hat er den Hedgling oder. Weiß nicht. Okay. Wir haben einen Camper. Auf jeden Fall. Es ist ein Camper. Aber wir wissen jetzt wo der ist. Hier ist ein Bot. Ich hab ihn gesehen. Wo ist der? Bei dem gelben Gabelstapler. Hinter diesem. Gelben Ding. Okay. Bei den Silos da direkt. Da hab ich gerade so einen Waffenlauf gesehen. Alles klar. Ein Bot. Ja ich schätze mal. Ich schätze mal. Weil von da kamen auch. Frische. Wo bist du jetzt ungefähr? Um bei dir. Links unter dir. Ja ja okay. Dann hab ich richtig gehört. Ich geh jetzt hinten in die Ecke. In diese du weißt schon Ecke. Ja ja. Läufst du da gerade? Nein. Da läuft einer oben im Office. Ich schätze mal dass er jetzt oben am Loch ist. Okay. Ich guck aufs Loch. Yes. 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 Was denn? Ich hab ihn. Der ist down. Also so hab ich dich doch richtig geleitet. Digga. Ach geil danke. Kein Problem. Ich hab ihn gehört und dann hab ich mir gedacht da ist einer. Und da ich halt nicht dahin gucken kann. Weil ich hier hinter so einem Container bin. Ja ja. Wollte ich dich lieber warnen. Danke. Der konnte sein Glück nicht fassen glaube ich. Okay. Jetzt nicht overpacen hier. Nicht dass einer da noch dahinter gehockt hat. Ich hab ihn halt laufen hören extrem laut. Ja ja. Ich hab den. Ich hab den laufen hören und da hab ich mir gedacht Holz ist ganz oben. Das heißt der läuft oben. Mhm. So ich guck mal wie viele Minuten wir haben. 24 Minuten noch. So. Ist der runter gefallen oder wo ist der jetzt genau? Wo liegt der? Der ist am Loch oben. Okay. Ey da hab ich dich doch richtig geleitet Digga. Ernsthaft. Zu 100%. Hm. Übel. Ja das. Guck ich bin ein flinkes Wiesel. Wiesel. Wieselchen. Okay. Genau du läufst da oben genau. Ja. Ja ich hoffe jetzt auch mal grad. Ich denk mal dass es der war. Der hier die ganze Zeit rumgeballert hat. Wie gut ihr den hier macht. AKU Kohlpark. Mhm. Da bewegt dich wer. Rechte Seite. Oder. Denke Seite. Ja ja. Der läuft ja. Ich denk mal ein Bot oder. Da ist noch ein Bot. Ja. Ich geh nochmal ein bisschen zurück ne. Oh mehrere. Ich hab einen Spieler gekillt. Beim Loch. Beim Loch. Hey rechts von dir. Rechts von dir. Ja ich muss nachladen. Ich bin ziemlich verletzt. Ja ja da unten. Bei der Kiste. Ich hab ihn. Ich is down. Ich bin ziemlich verletzt. Scheiße. Ich muss mich mal eben heilen. Fuck, 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 fuck. Da läuft irgendwo einer. Ich bin ziemlich im Arsch. Also nicht zu schnell da vorne rennen. Ich muss eben halt... Ich bin hinter dir noch. Okay. Hey, irgendeiner hat mich gesehen. Oder dich. Ja ja, da ist ein Bot vorne. Irgendwo am... Da ist ein. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn einmal. Ja und jetzt ist er weg. Toll. Ja ist egal, ist egal. Da hat mich wer gesehen. Oder dich. Äh. Ah ja, unten. Da läuft einer. Da läuft einer. Da. Fuck. Da unten bei der Tür. Ganz unten die Tür. Da war irgendwo einer. Bei dieser Treppe. Ah, fuck. Ich hab den angeschossen gehabt, aber... Hebst du noch? Ja, ja. Unten ist einer. Auf mich kriegst du den. Ja, ich hab ihn. Aber da ist noch einer rausgekommen oben. Oh, der läuft wieder rein. Der hat Tricep, ne? Okay. War ein Bot. Ne, ich glaub, er war ein Bot. Weil der hat auf mich geschossen, obwohl ich hinter dem Dings war. Der läuft doch voll. Der ist oben. Oben. Ja, 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 ja. Okay, einen hab ich. Oben ist einer. Scheiße. Fuck, ey. Ich bin hier total... Ja, ich muss mich heilen. Ja. Kocht aber grad mein Herz, Digga. Scheiße, ich hab meine ganzen... Ah, ne, ich hab noch Medikit. Aber ich bin jetzt wieder geheilt. Also. Was mein geheilt. Oben war einer noch. Also, ich glaub, dass ich oben einen höre. Okay. Oben links am Loch. Alles klar. Warte, ich lad nach. Jo, das war's dann, glaub ich, hier. Also, schätze ich mal. Also, am Loch saß du oben. Ja, ich glaube, dass da noch einer war. Glaub ich. So. Wir müssen jetzt irgendwie so machen, dass wir... Erstmal ein bisschen an den Loot kommen. Puh. Ja. Wir haben noch... 19 Minuten. Ja. Da das Problem ist, ich mach ziemlich viel Krach, weil ich immer so atme. Und huste. Ja, das hör ich grad. So, den einen habe ich gelootet, der hat nix. Genau. Versuch mal da oben. Genau. Ich loote ihn hier mal. Der scheint was Dickes dabei zu haben. Mhm. Eine Saiga. Läufst du da gerade auf Metall? Ja, ja. Ich guck mal da rein. Also, ich loote mal die zwei Typen hier. Zwei Spieler. Oder beziehungsweise, ich glaube, einer davon ist ein Bot. Der ist schon ein Bot. Wo? Ähm, Halle 2. Ich schätze bei den Silos. Läufst du grad auf Metall? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also, ich bin ziemlich angeschossen. Oh, einer läuft doch voll jetzt, ne? Das wär ich. Okay, der hat ne Schotti. Der hat auch ne Schotti. Ich mach hier unten mal die Tür zu. Mhm. Dann komm ich mal grad schnell hoch. Also, bist du oben im Office, sagst du? Ja, ja, ja. Ich komm rein. Weg. Geh weg. Weiter. So, jetzt. Ich hab ein Bot, der ist bei den Silos. Läufst du gerade oder jemand anders? Nein, nein, hier läuft einer. Unter uns. Ach du Scheiße. Entweder unter uns. Oder neben uns. Ups. Äh. Wo ich nämlich grad auf deine Steps gesehen hab. Äh, geguckt hab. Da hast du dich nicht bewegt. Und dann hat irgendwer gelaufen. Irgendwo ist hier gelaufen. Genau. Scheiße, ey. Da war grad eben einer ein Tricep auf. Also, ich schätze mal, dass hier irgendwo noch ein Spieler rumhaukt. Aber, ich weiß nicht. Ich würd jetzt nicht unbedingt hier reinlaufen, oder? Ne, 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 ne. Das hier war auf jeden Fall ein Sketch-Spieler. Also, ich würd's nicht überleben. Ich müsste halt in den Bunker. Gleich. Wir sind erst erstmal auf die Brücke. Du hast doch Factory-Key dabei, ne? Ja, ja. Mach mal auf, dann. Mach mal auf, dann. Vielleicht liegt aber Schickes da rum. Äh. Ne, leider nicht. Ein bisschen Munition. Oh, da lag Sniper-Muni. Mhm. Also, 54R Sniper-Muni. Oh, ne Snickers. Ich glaub, da kommt einer hoch. Glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Also, ich hör hier noch so zwei, drei Bots labern. Ja. Bei den Silos hier unten sind noch welche. Links von den Silos irgendwo ist noch einer. Okay. Bist du auf der, äh, komm auf die Brücke hier, oder? Wo guckst du hin? Ja, ich guck aus dem Fenster. Im Prinzip da runter, wo der Aufgang ist. Hier läuft da noch Metall. Links von mir. Links von mir. Ich bin auf der Brücke links. Ja, ja. Ja, der ist unter uns. Unter uns. Oh, hier liegt Essen. Es ruckelt. Ich guck mal Essen reinpfeifen hier. Ich hab ne Taktik, um den hier unten zu töten. Und das Problem ist, dass ich keinen Helm aufhabe. Und ich bin ziemlich angeschossen. Also, ich muss, äh, zum Bunker, ne? Hab einen. Scheiße, ich verdurste. Äh, ich muss raus. Ja, dann geh raus, genau. Geh mal raus. Aber ich glaube, ich sterbe jetzt. Ja, ich bin tot. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht. Oder Vorschläge kannst du auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren. Das ist ganz wichtig. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao.